Hallo meine Lieben, hallo. Willkommen in der besten Show aus Friesland auf YouTube. Hier ist euer Sebi. Dankeschön, Dankeschön für 1000 Abonnenten. Also, dass ich das in so kurzer Zeit erreiche, hätte ich nicht gedacht. Das ist hervorragend, das ist wirklich, 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 wirklich toll. Wirklich hervorragend und ich bin begeistert. Ich bin begeistert und überwältigt, überwältigt über 1000 Abonnenten. Das ist ja gigantisch, bombastisch, fantastisch. Das ist so wunderschön. Ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr sie gut findet und liked und teilt und Daumen nach oben macht. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich so ein bisschen kacke aussehe. Ich bin krank, habe die Bronchien dick und so. Und ja, ich wollte euch eben gerade einfach nur mal sagen in einem kurzen Video, ich bedanke mich für 1000 Abonnenten. Es gibt natürlich noch ein 1000 Abonnenten Special, das wird es auch noch geben. Und da habe ich mir auch schon was Tolles überlegt. Da ist auch der Hermann dabei. Der Hermann macht bei diesen 1000 Abonnenten Special auch mit. Das ist ganz klar. Und das wird ein tolles Video werden, hoffe ich. Wie ihr wisst, mein Kanal heißt Sevis Funny Channel. Und der heißt nicht umsonst Sevis Funny Channel. Wir machen ja nicht nur Selbstversorgung, Kochen, Garten, Imkern. Wir machen eigentlich im Prinzip alles. Also ihr werdet von mir alles Mögliche sehen. Praktisch mein ganzes Leben. Wie ich so lebe, was ich so mache. Wir gehen auf Schatzsuche zusammen. Wir werden in den Garten gehen. Ich werde euch ein paar Gartentipps geben. Wir werden zusammen kochen. Wir werden vieles zusammen machen. Wir werden noch viel miteinander erleben. Und ich hoffe, es wird noch viel passieren. Ja, das ist ein kleines Statement von mir für euch. Ich bedanke mich bei euch 1000 Mal für 1000 Abonnenten. Von jedem Einzelnen ein riesen Dankeschön. Und dazu muss ich noch was sagen. Und zwar haben wir einen Gewinner. In dem letzten Video, in den Gartentipps, habe ich ein Video gemacht, wo ich gefragt habe, wer mir sagen kann, wie dieses rote Holz hier heißt. Und da nur zwei Leute damals kommentiert haben, der Lennart Mayer und noch ein anderer, hat natürlich der Lennart Mayer gewonnen, weil der Lennart Mayer hat darunter geschrieben, es war der Hartriegel. Und das war natürlich richtig. Und damit hast du natürlich gewonnen, Lennart. 20 Euro Amazon-Gutschein. Schreib mir doch bitte eben eine private Nachricht. Dann schicke ich dir den 20 Euro Gutschein zu. Kriegst von mir natürlich noch ein Glas Honig. Und noch eine Mütze mit einer Autogrammkarte dazu. Also zöger nicht. Schreibe mir. Und dann kann ich dir den Preis zuschicken, Lennart. Ja, meine Lieben, zu euch wünsche ich euch noch einen guten Abend. Ist ein kleines, kurzes, spätes Video. Aber ich musste das eben gerade nochmal loswerden. Wollte mich eben nochmal bei euch bedanken. Über 1000 Abonnenten. Und es werden gerade, Minute für Minute werden es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt. Wirklich überwältigt. Und ich sage euch jetzt damit mit diesem kleinen Video, wenn wir bei 2000 Abonnenten ankommen, wenn wir bei 2000 Abonnenten ankommen und ihr kommentiert alle unter diesem Video jetzt, werde ich eine Person oder zwei Personen davon heraus extraieren. Das heißt, ich mache so einen Suchgenerator. Da kommen die ganzen Namen rein. Und die werde ich dann auf den Knopf drücken. Und dann kommt irgendwann ein Name. Und derjenige, der dann gezogen wird, kriegt von mir ein tolles Fan-Paket. Also, zögert nicht. Schreibt unten in den Kommentaren rein. Und derjenige, der dann gefiltert wird, der kriegt von mir ein Fan-Paket. Und das ist natürlich eine tolle Überraschung. Lasst euch überraschen, was da drin ist. Ja, guckt doch. Macht doch ein kostenloses Abo. Ja, kommentiert gerne das Video. Macht den Daumen nach oben. Und ihr könnt mich auch alle bei Instagram finden unter Sevis Funny Channel. Würde mich freuen, wenn ihr mich da alle abonniert und liked. Ja, wäre auch schön. Das war erstmal euer Säbe für heute Abend. Ich werde mich jetzt wieder ins Bett legen. Ich habe eine kleine Erkältung. Ich danke nochmal tausendmal, dass ihr alle meinen Kanal schaut. Und ich bin wirklich begeistert und überwältigt darüber. Wirklich sehr, 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 sehr schön. Muss ich wirklich sagen. Ich hätte nicht so damit gerechnet, in der kurzen Zeit so viele Abonnenten zu bekommen. Es ist wirklich sehr, sehr fantastisch. Danke euch allen dafür. Und würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Das war erstmal euer Säbe für heute Abend. Ja. Ich bedanke mich nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss, tschüss ihr Lieben. Tschüss.